Hallo! Die Verwendung einer Pelletheizung bietet gegenüber anderen Brennstoffen mehrere Vorteile. Der Hauptvorteil besteht darin, dass Sie keine Verbrennungsluft benötigen, das heißt Sie arbeiten mit niedrigeren Temperaturen und verbrauchen daher weniger Energie. Das macht Sie ideal für Häuser mit wenig Platz oder wenn Strom teuer ist. Legen wir los! Eine Pelletheizung ist ein Heizsystem, in dem Holzpellets verbrannt werden. Pellets können aus jeder Art von Biomasse hergestellt werden, zum Beispiel aus landwirtschaftlichen Abfällen, Recyclingpapier und festen Siedlungsabfällen. Bei der Verbrennung entstehen keine Emissionen und die Wärme wird direkt durch die Verbrennung der Pellets erzeugt. Die heutigen Zentralheizungen, die mit Holzpellets als erneuerbarem Energieträger betrieben werden, sind in Betrieb und Wartung mit Öl- und Gasheizungen vergleichbar. Pellethöfen sind nicht nur umweltfreundlich, sondern bieten auch eine zuverlässige Wärmequelle. Eine Pelletheizung für ein Einfamilienhaus in Kombination mit einer Solarthermie-Anlage kostet ca. 15.000 bis 30.000 Euro, je nach Nennleistung. Der Preis für Pellets variiert. Der Preis für Holzpellets liegt augenblicklich bei ca. 500 Euro. Laut Holzpellet24 hat sich der Preis für Pellets im Jahr 2021 bis 2022 fast verdreifacht. Dies liegt an den gestiegenen Preisen für Energie im Allgemeinen. Die durchschnittlichen jährlichen Kosten für die Wartung einer Pelletheizung liegen zwischen 250 und 400 Euro. Der Strom kostet durchschnittlich 50 bis 100 Euro im Jahr. Der Schornsteinfeger-Dienst kostet jährlich zwischen 100 und 200 Euro. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA, gewährt für die Installation einer Pelletheizung in ein Bestandsgebote eine einmalige Förderung in Form eines einmaligen Zuschusses. Nicht nur vom BAFA, sondern auch von der KfW können Sie eine Förderung für eine Pelletheizung erhalten. Eine Förderung wird mit dem Kredit KfW 261 gewährt, den Sie über Ihre Hausbank beantragen können und bei dem Zwischenaltbau mit Sanierung zum Effizienzhaus und Neubau nach Effizienzhausstandard unterschieden wird. Der Kredit wird nicht nur für die Pelletheizung, sondern insgesamt für die energetische Sanierung oder einen energieeffizienten Neubau gewährt. Bauen Sie nur eine Pelletheizung in Ihr Haus ein oder tauschen Sie eine vorhandene Heizung gegen eine Pelletheizung aus, haben Sie keinen Anspruch auf eine Förderung der KfW. Ihr Haus muss einen bestimmten Standard an die Energieeffizienz erfüllen, damit Sie eine Förderung erhalten. Zu den Top 3 gehört die Ätherheiztechnik Pelletheizung. Das Unternehmen mit Sitz in Hofkirchen an der Trattnach hat sich auf die Herstellung von Biomasseheizungen spezialisiert, zu denen auch Pelletheizungen gehören. Zudem zur Top 3 gehört das Unternehmen Windhager. Das Unternehmen bietet Pelletheizungen mit unterschiedlichem Leistungsspektrum an, darunter auch Brennwertkessel, emissionsarme Kessel und Großanlagen. Auch zur Top 3 gehört das Unternehmen Fiesmann. Pelletkessel von Fiesmann werden mit vielen automatischen Funktionen und flexibler Brennstoffzufuhr hergestellt. Weitere wichtige Informationen zur Pelletheizung finden Sie in der Videobeschreibung.